Willkommen zurück, eine neue Folge Hearthstone im Söldner Modus. Ja und ihr seht, wir wollen hier Dunkelseer Saige machen. Wieso wollen wir den uns anschauen? In unserem Lagerfeuer haben wir hier das Time Event, wo wir Quacksalberei abschließen müssen und da müssen wir Dunkelmondseer Saige abschließen mit mindestens 4 Orks. Und ich sehe gerade, das ist gar, also hier steht eine Sanduhr, aber ich sehe hier nirgends wohl wie lange das noch geht. Ähm, okay. Ja, wir werden es trotzdem so schnell als möglich abschließen. Ähm, unser Team besteht aus unseren 4 grünen Orks, weil der Dunkelmondseer Saige blau ist. Wir haben hier einen Horde-Banner, einen Horde-Wappenrock und zweimal Windzorn, Kreis der Heilung und das Kriegsbanner der Allianz. Dann geht's los. Der sollte ziemlich schnell fallen, wenn ich mir das so ansehe mit Doppelwindzorn und solchen Späßen. Da bleibt, glaube ich, kein Blatt vor dem anderen. Ah ja, der hatte aber zwei rote Begleiter, okay. Dann fällt er vielleicht doch nicht so schnell wie vermutet. Wir gehen trotzdem mal mit dem Team hier rein. Ich glaube, einer müsste umfallen von den Verbündeten von ihm. Ja, der fällt jetzt schon um und der kriegt hier die Bluturm schon mal drauf. So, okay. Ähm, wie war das? Ah ja, wir kriegen Damage, wenn wir diese Fähigkeit einsetzen. Also setzen wir doch die andere ein. Das passt auch hier. Und das passt auch hier wieder. Perfekt. Und jetzt kriegt der Dunkelmondseher schon mal ordentlich Damage. So, und dann werden wir ihn jetzt hier kaltstellen. Und schon haben wir die Aufgabe lockerflockig erfüllt. Überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, das sind ja noch die normalen Aufgaben. Mal sehen, was wir als nächstes für eine Aufgabe bekommen. Das längste, was hier bei den Aufgaben dauert, ist, bis zu den Bossen vorzukommen. Weil ihr seht hier, wie viele Kämpfe man bestreiten muss, um mal zu so einem Boss vorzustoßen. So, was haben wir jetzt für eine Aufgabe? Schließt den Kampf mit Prinz Malchessar im Teufelswald ab, ohne dass Malchessars Wichtel erscheinen. Also wahrscheinlich Speedkill oder sowas. Prinz Malchessar. Mal sehen. Wo der sich befindet. Im Teufelswald. So. Da haben wir Aran Schemen und dann Prinz Malchessar. Okay, dann werde ich jetzt als nächstes Aran Schemen mir vornehmen. Und zeige euch dann den Boss, sobald ich dort bin. Und dann geht es auch schon gegen Prinz Malchessar. Dann sehen wir uns gleich bei Aran Schemen wieder. So, es geht weiter. Wir sind bei Aran Schemen angekommen und gucken uns mal unsere Gruppe an. Kariel kriegt 3 weniger Damage. Da kriegt er 30% Chance doppelten Schaden zu verursachen. Der Wappenrock bei Rokara und Warok Sauerfeng kann keinen kritischen Schaden einstecken. Okay. Wir gucken mal rein. Wir gucken mal rein. Was kann Arans Schemen? Wird garantiert ein Magier sein. So wie wir ihn aus Karasan kennen. Vielleicht wird er ein paar Elementare dann noch beschwören. Oder er hat schon irgendwelche Begleiter. Spektraler Oberschüler und spektrale Dienerin. Ja, ihr seht, wir haben hier Kämpferangriff plus 10. Das ist natürlich jetzt gegen die Dieben nicht so toll. Was kann der? Jedes Mal, wenn ein Charakter eine Fähigkeit mit 1, 4 oder 7 einsetzt, wird er zum Beschützer. Okay. Jedes Mal, wenn ein Charakter eine Fähigkeit 2, 5 oder 8 einsetzt, wird er zum Kämpfer. Und eine Fähigkeit 3, 6 oder 9 wird er zum Zauberwürger. Okay. Zum Beschützer, wenn wir 1, 4 oder 7 einsetzen. Zum Zauberwürger mit der 3. Die Xyrella setzt die 3 ein. Der Samuru. Setzt die 4 ein. Das heißt, der wird zum Beschützer. Ergo sollten wir die Dieben damit angreifen. Dann macht er nämlich da kritischen Schaden. Und die Kariel setzt die 1 ein. Also bleibt sie Beschützer. Okay. Das ist eine interessante Mechanik. Die kann ich mir auf HC ziemlich krass vorstellen. Fügt einem zufälligen Feind 5 Schaden zu. Und verlangsamt seine Fähigkeit im nächsten Zug um 2. Wird 3 mal wiederholt. Oh je. Da muss man dann hier übelst aufpassen. Fügt einem Feind mit dem höchsten Angriff 16 Schaden zu. Halbiert dauerhaft seinen Angriff, wenn er ein Kämpfer ist. Gut, der verwandelt sich in einen Beschützer. Das ist okay. Und die greift an. Und erhält 6 Leben, wenn noch keine Aktion. Gut. Der wird zum Beschützer. Sie bleibt Mage. Ne? So war es ja. Genau. Und er wird auch zum Beschützer. Deswegen greifen wir ihn hier an. Zack. Das passt. Und er wird rot. Genau. Und haut die jetzt schon mal weg. Perfekt. So. Da er kein Kämpfer ist, kriegt er jetzt das. Dings nicht. Oh, die 10 Damage waren natürlich übel. So. Er hat wieder das gleiche. Jetzt müssen wir gucken. Er wird jetzt zum Kämpfer. Wenn sie Spott einsetzt. Die bleibt. Oh, der ist sehr langsam. Das ist natürlich böse. Ähm. Da wird der Angriff halbiert. Okay. Bei 8 werden wir zu einem Kämpfer wieder. Das heißt, wir greifen ihn dann an. Ach so. Ich kann natürlich das jetzt so schlecht. Ja, okay. Wir machen das so. Und gucken, was er hier so trifft. Was anderes kann ich halt jetzt eh nicht. Ja, natürlich trifft jetzt jeden von denen. Aber er ist zum Kämpfer geworden. Haut Aran direkt weg. Und jetzt haben wir nur noch 2, 5 und 8. Ähm. Hier machen wir einfach den Spott wieder rein. 7. 2, 5 und 8. So, was wären wir denn da zum Kämpfer? Ja, okay. Dann bleibt das einfach. Dann machen wir das so. Und das sollte eigentlich jetzt. Ja, es wird nicht ganz reichen, weil er hier halbiert worden ist. Jetzt sind wir auf jeden Fall. Der macht Spott. Das ist okay. Jetzt sind wir wieder normal geworden. Ähm. Bis auf Kariel. Die ist noch grün. Aber jetzt können wir den Rest normal angreifen. Interessanter Bosskampf. Wirklich interessant. Weil man hier gucken muss, ja wer setzt welche Fähigkeit ein. Wie schnell ist man. Und dann verlangsamt auch an Schemen auch noch die eigenen Leute. Also, das wird auf, äh, dem heroischen Schwierigkeitsgrad bestimmt ziemlich kompliziert. Wurde ich mir vorstellen. Okay. Da haben wir auch an Schemen beseitigt. Und werden uns jetzt dem Prinz Malchessar widmen. Ich guck aber nochmal. Ah. Ich seh jetzt nicht, welche Quest wir hier haben. Da muss ich kurz rausgehen. Das müssten sie hier mal noch einfügen, dass man hier die, die Quest sehen kann. Ähm. Prinz Malchessar ohne, dass Malchessars Wichtel erscheinen. Okay. Ich vermute, dass wir ihn schnell killen müssen. Deswegen gehen wir mit unserem Feuerteam wieder rein. Weil das schon ziemlich guten Damage rausdrücken kann. Also, Baron Geddon, Chi-Chi und, ach, da war er ja schon, Antonidas. Okay. Dann kämpfe ich mich mal zum Boss durch. Und wir sehen uns gleich beim Boss wieder. So, da kann es weitergehen. Wir stehen vor Prinz Malchessar mit unserem Team Cariel. Da hat er das Allianz-Banner, Unterwerfung von Xyrella, die Geisterklinge von Samuho. Wir haben plus drei Feuerschaden Baron Geddon, vier Heilkraft und 15 Angriff der Wildtiere. Und, äh, Antonidas erhält jeden Zug plus eins Feuerschaden. Okay. Mal gucken, was Prinz Malchessar kann. Er darf seine Wichteln nicht rufen. Das ist unsere Aufgabe. Ich bin gespannt, wie er die Wichteln ruft. Was wir machen müssen, um dies zu verhindern. Okay. Beschwört... Ah ja, beschwört einen Malchessar Wichtel, nachdem ein Dämonen gestorben ist. Nachdem ihr einen Dämonen beschwört habt. Und der hat nichts. Das heißt, wir sollten ihn stark fokussen. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen diesmal Chi-Chi, Antonidas und Xyrella rein. Machen mit Baron Geddon mal nicht so viel AOE-Damage. Und hauen alles, was geht, auf Prinz Malchessar. Was machen die? Greift einen Feind an. Der holt so eine Höllenfeuer-Bestie. Und der beschwört einen Wildwichtel. Fügt einen Feind 10 Schaden zu. Eure Wichtel wählen ihn als Ziel. Äh, in diesem Zug als Ziel, wenn möglich. Okay. Dann hoffen wir mal, dass die nicht sterben. Spürt meine überwältigende Macht. So. Okay. Ja gut, die Wichtel greifen. Doch, der greift an. Äh. Oh, muss denn der angreifen? Oh je, oh je. Der Hit wird übelst reinhauen. Der greift auch an. Der beschwört wieder einen Wichtel. Okay, ich muss hier voll auf Dings durchziehen. Das Problem ist, ich kann jetzt... Doch, ich kann den machen. Dann trifft es nur die beiden. Okay. So, 26 hat er noch. Das haut halt richtig rein jetzt. Aber sie haben so angegriffen. Oh je, oi, oi, oi. Oh je, oi. Baron Gannon. Kommt rein. Und Cariel kommt rein. So, weil das sind normale Wildwichtel, es geht da drum, Malchisars Wichtel dürfen nicht durchkommen. Deswegen ganz wichtig, hier drüben angreifen, dann ist Malchisar schon mal down. Wir machen das dann als nächstes und hier können wir, kann ich irgendwas, äh, nee, komm, wir machen hier Spott. Okay. So, jetzt können zumindest schon mal Malchisars Wichtel nicht mehr kommen. Die zerstören sich hier so ein bisschen selber. Okay, das hat gepasst. Dann können wir jetzt hier so ein bisschen aufdrehen. 15 Damage. Ja, komm, dann machen wir das hier, weil wir den hier angreifen. Okay. Ja, also mit der Aufgabe ist es gar nicht so einfach. Mit der Aufgabe ist es gar nicht so einfach, da was zu machen. Ähm, es hat auf jeden Fall sehr stark geholfen, dass wir, dass wir diese, dieses blendende Licht von Kariel hatten. Aber ja, die Aufgabe war wirklich anspruchsvoll. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der auf HC gar nicht so einfach ist. Obwohl wir da natürlich dann wieder mehr, ähm, mehr AOE-Schaden raushauen können. Okay, sehr schön. Das müsste jetzt eigentlich funktioniert haben. Genau. Wunderbar. Ah, schön viel Münzen von Prinz Malchester selbst. Das ist auch gut. Und dann schauen wir uns doch nochmal an, was es denn für eine nächste Aufgabe gibt. Ah, da haben wir Blutrippe bekommen. Ein neuer Charakter. Sehr schön. Schließt das Kopfgeld Zetun bei der Dunkelmond-Truppe ab, während alle Söldner am Leben sind. Okay. Ja, das werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Müssen wir mal schauen, Zetun, wo denn die Dunkelmond-Truppe als erstes, ähm, wann kommt denn Zetun? Joksaron, Zetun, hier. Okay, das heißt, wir müssen drei Charaktere dann noch bezwingen, bevor wir die Aufgabe weiter erfüllen können. Das bricht natürlich dann unser Schema auf, immer normal und HC zu machen, aber sei es drum, so ist es dann eben. Wir wollen ja schnell den, äh, diese Aufgabe dann noch erfüllen. Ich hole mir jetzt noch die Blutrippe. Da ist er. Er hält plus eins Angriff, greift den Feind an, macht diese Fähigkeit zwei Tempo langsamer. Er ursacht acht Schaden, erhält plus drei Feuerschaden und greift plus, äh, erhält plus neun, plus neun und greift den Feind an, stirbt am Ende des Zuges. Okay. Aber wozu diese plus drei Feuerschaden? Er hat selber gar keine Feuerfähigkeiten. Ähm, wahrscheinlich als Buffer hier von anderen, weil jede Runde, ach, Todesstoß. Und, na gut, äh, muss man sehen, ob man den sinnvoll einsetzen kann. Wir hauen ihn auf jeden Fall erstmal in das Trainingslager rein, dass er sich hier hoch trainieren kann. Ja, und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns die nächste Aufgabe hier am Lagerfeuer ansehen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.